Zwar kommunizierst du wahrscheinlich lieber über andere Kanäle wie WhatsApp, Snapchat und so weiter, das altbewährte E-Mail hat aber immer noch eine grosse Bedeutung, gerade im geschäftlichen Bereich. Und hier empfehle ich dir ein paar Regeln zu beachten, damit du dein Ziel auch erreichst. Zunächst sollte deine Mail einen aussagekräftigen Betreff haben. Man sollte also auf den ersten Blick sehen, warum es geht. Dann braucht es eine Anrede. Die muss nicht so förmlich sein wie in einem Brief. Es könnte also auch Guten Tag, Herr Stab oder so sein. Der Text sollte in korrektem Deutsch verfasst sein. Die Rechtschreibeprüfung des Programms unterstützt dich dabei. Anschließend gibt es eine Grußformel. Dann dein Name und zuunterst die sogenannte Signatur, das heißt deine Koordinaten. Deine Adresse und allenfalls deine Telefonnummer. Wie du die einrichtest, damit du die nicht jedes Mal von Neuem schreiben musst, zeige ich dir gleich. Und in diesem Fall braucht es jetzt noch einen Anhang. Den kannst du bei Gmail, das ich in diesem Fall verwende, einfach reinziehen oder über diesen Button da einfach vom entsprechenden Speicherort aufrufen. In diesem Fall ist es eine Google Earth Datei. Das sind Koordinaten für einen Ort. Die Datei ist minimal klein. Gerade bei Anhängen ist es sehr wichtig, dass sie nicht zu groß sind. Alles über 10 Megabyte verschickt man nicht per Mail. In diesem Fall würdest du die Datei in einem Cloud-Speicher wie Dropbox, OneDrive usw. speichern und dann nur den Link hier rein kopieren. Ja, und jetzt mit Senden geht es an die Lehrperson. Wie versprochen, zeige ich dir nun noch, wie du die Signatur einrichten kannst. Bei Gmail wählst du dieses Zahnrad-Symbol, Einstellungen. Hier kannst du ganz viele Einstellungen, die das Erscheinungsbild und die Funktion des Maildienstes betreffen, noch anpassen. Die Signatur ist im ersten Reiter im unteren Bereich. Die kannst du hier eingeben.